Ist der Löffel ne Andeutung aufs Löffelchen? Oh, hier! Hallo? 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 Na? Du solltest nicht in die Nähe sein, du so gut! Wo ist er? Ich war grad beim Telefonieren! Mann sagt hier unhöflich! Ciao, ciao! Jaa, seh ich auch so! So, und... Ciao! Au! Mein Gott! Ich will hier nicht mehr sein! Die kotzen auf mich! Der P ist auch jetzt! Ach du Leber! Entschuldigung! Passt vergessen! So, der eine ist auch schon tot? Ja, gut! Und der ist noch der! Ach du Leber! Ach komm schon! Tod! Ich hab gesagt, tot! Ich hab gesagt, tot! Tod! Tod! Das gibt's nicht! Ciao! Verabschiede dich! Mein Unleben! Das kann man nicht leben denn! So, weiter Tiffany! Hallo? Freund? Seit wann ist das Handy hier drinnen? Wie viel Akku hat der noch? Ist bestimmt Nokia! Nein! Die Vibroklinge! Die Vibroklinge! Ich muss noch ne kleine Story erzählen! Ich hatte mal... Also... Wir haben mal... Aus Spaß... Mit... Äh... Also... Ein Brettspiel gemacht, ne? Und in dem Brettspiel gab's halt auch Waffen und so... Und da hat jemand... Eine Waffe wirklich Vibroklinge genannt! Und das sollte halt einfach nur ein Schwert sein! Und das hat jeder... Hat sich einfach jeder von uns vorgestellt! Wir haben den Typen so... Äh... Äh... Ich mein, wir haben den Typen... Wir haben es nicht darauf hingewiesen, dass es halt nicht der beste Name ist! Ach... Ach... Oh... 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 Diese Kombination ist einfach herrlich! Vibroklinge! Und jetzt kommt die Nachricht von Big Gay! Aha! Ich verstehe! Ich finde, dass du super bist und ich möchte, dass jeder das weiß! Hey, wir haben nur mal kurz telefoniert, Alter! So... Und zwar... Oh, der hat noch einen! Der hat mehr Schaden! So, pass mal auf! Ich mach einfach mal alle entfernen! Und hau die Vibroklinge durch! Damit mach ich aber jeden platt! NN! Was ist besser als ein Dildo? Ein Feuerdildo! Ich bin... Mit meinem Feuerdildo im Arsch eines anderen Mannes! Lasset euch das auf der Zunge zergehen! Muss ich da hin? Äh... Hehehehe! Oh, Entschuldigung! Äh? Oh! Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier einfach nur weg. Ja, ganz ruhig. Äh, wo kommt... Hä? Wo muss ich hin? Hallo? Von hier komme ich. Wollt ihr weg? Du hast mich. Ich bin hier von hier. Das ist der Herr Sch 5. Das ist der Herr Sch 5. Mit der Herr Sch 10. Wir müssen wieder zurückkommen. Das ist der Herr Sch 10. Das ist der Herr Sch 10. Steigen Tschüss du Flederungetier Hey Was ist das da oben? Alter was steckt da sich alles in den Arsch? Ähm Eine Kondomkappe Für ihr Vergnügen Das dürfte ich eigentlich gar nicht für lustig finden Aufsüchtig, ja Mit dem Feuerstand um 25% Nee Kondomkappe Darauf ist er stolz Ich bin der Sparrowprinz Wie du, habe ich damals für Freude benutzt als ein anales Spiel Und so verurte ich in diesem Ort Jetzt müsstest du meinen wunderschönen Spiriten In order to move forward Ich weiß, dass ich wirklich nicht wunderschöne Aber glaub mir, ich bin Hi Hi Mein Name ist Nova Nova Die Punkt an einer aller Freudenspender Ach komm Alter Wie viel Scheiße haben die denn? So los geht's Ach so ne, das sehe ich auch nicht Fähre ich keinen Was muss ich da nochmal machen? Schönen Tag Geh immer in der linken Masse, wenn du blitzihst Okay An den Griff Ja, wo das immer nichts abzieht 3 auch 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 bei einer anderen anderen wenn er auch immer mehr er die Sitzung scheiße im Kopf Wibroklinge Pass auf Todesmarkierung Ich dachte, er ist ein Geist Warum funktioniert der Laserpointer? Hä? Angriff Scheiße Im wahrsten Sinne des Wortes Meine Augen Au, du dreckiges Pass mal elf Jetzt werden wir was machen, was ich schlank nicht mehr gemacht habe Ich brauche ein Kleinmaler dran, ich will mir nicht wieder den Mut machen Erstmal ne Keule manchen Warte knapp Und pass auf Zeit für ein bisschen Schönen Tag Magie Halt die rechte Mausse, du Benutzer A und D um ihre Funktion zu finden Und haltet sie Dann klicke mit der linken Maus, wenn du bitte schon sagst Okay Oh, du bist Schönen Tag Ja Scheiße Das ist Schönen Tag Angriff! Oh Gott nein! Oh Gott ja! Oh Gott! Yeah! Da war ich grad zu flink! Ich halb mich noch kurz! Chef, ich muss mal was beißen! Diese Musik, die killt nicht gerade! Angriff! Perfekt! Vibroklinge! Ah! Mein Angst ist jetzt größer! Er ist die Mut gegen Feuer! Okay! Was ist das denn eigentlich? Diskus der Macht! Pass auf, ich mache folgendes mal! Ich tausche mal kurz gegen... Bottas! Bottas! Der will auch mal wieder ran! Siehste? Ich hab gesagt! Au! Scheiß Vogel! Hier! Hier! Du Freundenschminder! Und jetzt! Zeit für Professor Chaos im Arsch des Mannes! Angriff! Wo kommt der Schminder hin? Was brauche ich denn? Weiß ich gar nicht! Blau, ne? Oder das! Nice! Zieht das wenig ab! Hau! 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 So. Ich seh schon den neuen Kanal-Trailer. Nova Day. Das Anal-Spielzeug. Oh Mann. Ähm. Hallo? Ich hab ihn getötet. Ich muss da irgendwie rauf, glaub ich. Oh, da fällt jetzt noch alles. Hallo? Ich muss da irgendwie rauf. Glaub ich. Oder? Kann ich... Warte. Kann ich nicht. Hä? Wo muss ich hin? Nagasaki. Sag das doch. Okay. Finde ich auch lustig. Nö? Was ist das denn? Warte mal. Da finden wir doch schon nötig. Ja, wir können... Oh nein! Nein, wirklich nicht. Hä? Wie? Also... Aber wie? Ich will nicht mehr hier sein. Tschüss! Tschüss! Ich will so schnell wirklich aus dem Arsch, das macht es raus. Habe ich hier eine Beschwörung. Ja, Jesus. Ich will so... 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 Komm, 7000. Ja, aber... Ja, aber na klar ziehe ich nur eins ab. So, jetzt kommt ein Badass. Los, Badass. Ja, ich bin Hammer... Zu früh. Boah! Spitz wohl! Nein! Au! Au! Was verdient! Oh, Schwein! Machen wir mal folgendes. Du, da hinten gehst du auf den Sack. So, betäubt! Und USB-Stick! Geil! Da sind bestimmt Pornos drauf. Äh, ich meine was? Jetzt aber... Schau! Eins, ich bin so... Aua! Lass den Scheiß! Erstmal noch ein bisschen... Und jetzt kommt... Abziehen! Du brauchst sie gar nicht versuchen. Ich... Ich kann nicht meine Läge fühlen. Nice! Und schaumt sie! Auch nur eins. Oh, ich bin... Damit brauche ich auch nicht kommen. Damit... Stinkbomben! Äh... Wie geht das? Klicke schnell mit der Lenkmalsstest, um den Fallen zu verbrügeln. Okay. Wir sind überraschend! Oh, das war gerade... Das war gerade drei. Und es ist peinlich. Und es ist gerade erst aufgefallen, wie kalt meine Hände überhaupt sind. Bei dem wird auch kein Wunder. Tschüss! Tschüss! Sie haben mich! Oh, da habe ich jetzt gar nicht geachtet. Hallo? Du bleibst da hinten liegen. Ich bin hier! Äh... Wow! Tschüss, tschüss, wir haben ein Problem. Aber pass mir auf, dort regeln wir mal alleine. Ja, ja, hör auf! Eins, zwei, drei, vier. Brenn du, Schweine, brenne! Ja, da habe ich leider wieder ein bisschen Panik. Ein kleiner würde gehen, ein kleiner würde gehen. Ein kleiner geht sowas von. Tschüss! Ich habe schau gesagt! Jetzt reicht es mir! Das gibt es nicht. Oh! Und tot! Ich kann das Licht sehen. Nein, du siehst das Licht ehrlich nicht. Sieh, gut, bis sieh. Nein! Pass mal auf. Und zwar alles... Ach, Tempo-Train, glaube ich auch noch. Siehste? Taktische Rüstungsabzeichen. Wie fühlst du die Rüstung zu schlecht? Fert mich an. Nice! Alles nehmen? Oh. Und ich dachte vor der Aufnahme so... Oh! Das ist so heute mal bequem. Mein Arsch ist eingeschlafen. Oh, bin ich! Nukid kam zu der Stomachdark. Neid die cold depths of the love of them heart. Hallo, Nukid. Ich bin Katatafisch. Katatafisch auf der Stomachdark. Katatafisch? Der Trigger des thermonukleares Stomachdark liegt vor dir. Ich habe versucht, seine Rüstung zu lösen, aber ich bin nicht ablehnt, ihn zu verbrechen. Katatafisch Rüstung wird bald tot. Es sind nur Momente, um zu verbrechen. Find einen Weg, um den Trigger zu verbrechen, oder alles wird verloren. Ja, aber wie denn? Äh... Wiederbedingungs-Tank, braunes Abzeichen des Mutes. Och, warum? Und zerrissenes Kondom. Ach! Tja. Das ist doch ein Klacks für mich. Wenn ich wüsste, wo man meine Gruppe nochmal wechseln kann. Ich probiere es mal bei Gruppe. Zack! Ich brauche dich! Ist das in irgendeiner Form irgendwie voll verurteilenswert, weil... Er wird halt nur auf seine Behinderung liegen. Das klingt für ein kleines Bartik-Aktis. Ähm... Danke. Und jetzt? Snook-Abortion-Sequenz initiiert. Nein! 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 Drücken wir doch mal schnell A und D um die Latte und B im Platz A zu stecken. Nein! Cold. So-cold. Danger. Abortion-Access-Slit. Abortion-Access-Slit dilated. Initiate-Control-Chip-Removal. Hör. Hör. Falls ich den Gemausdust in der Brüge meinen Kontrollschirm zu hören kriege, und er den Gemausdust in der Brüge meinen Kontrollschirm zu hören kriegt, und er den Gemausdust in der Brüge meinen Kontrollschirm zu sagen. Wrong Chip, wrong Chip. Au. Okay. Not that. I needed that. Nein, ich will nicht mehr. Ja, ja, beim ersten Mal! Ich kann das... Jetzt habe ich alles gesehen. Was ist es, Herr Slade? Was fühlst du dir? Jesus! Jesus, Gott! Den habe ich gar nicht gerufen. Ähm... Ähm... Krone der Nalfreunde! Nein! Nein! Ich habe eine Krone auf die warmen Arsch seines... eines anderen Kerls! Ich will nicht mehr! Die Ton erzählen... Oh! Ne, die war halt echt... Die ist doch ganz gut! Die war halt echt... Oh Mann! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Du spinnst wohl! Warum will ich da mal rein? Kann ich jetzt gehen und es ist explodiert? Danke! Oh, das ist aber nice, dass wir hinten so alles ver... Ich finde den Effekt allgemein voll cool! Ich finde den Effekt allgemein voll cool! Das hinten so alles so... Alle kämpfen... Muss ich da rein? Erst mal seine Flagge zerstören! Ich bin ganz gut. Und... Ich bin ganz gut! Ich bin ganz gut!